Das ist das Programm, der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich begrüße ihn in den Namen von Jesus Christus. Wir sind von der Aufmerksamkeit auf den Programm gekommen, den allerheißten Gott sein zukünftiges Programm für Israel. Was wir sehen, ist, dass es uns in Daniel Kapitel 9, Vers 27, sagt es, Der König wird mit Fehlern einen schworen Bund machen für einen Weg von Jahren, und der Med von der Tät wird Hei dort so heranbringen, dass die Opfer und die Goven im Tempel abhören wollen, und das Abschäselgebild wird dem Tempel in Anrennen bringen. Aber Gott sei gerecht, er war am Tät. Und hier in diesem Fall sagt es, Der König wird mit Fehlern einen Plotischen. Und wir sehen in anderen Seiten, das spricht nicht von Ländern, das spricht von einem Volk, und nicht von vielen Ländern. Zur biblischen Prophezeiung hat das Volk Israel nun nicht den ersten Platz in dem Sehensbund, das wir sehen, in dem Reimer Kapitel 11. Aber der wird, der noch weiterkriegen in der Töckkirche, Das zu Südsorten von Israel passiert, zu anwählen sei, er Messias nicht annehmen, in sein erstes Kommen. Israel wird weiter den ersten Platz kriegen in den Sehensbund, wann der Jesus aus er Messias in Rada wurden annehmen, in sein zweites Kommen, auf den Eing von den 490 Jahren. Die letzte sieben Jahre, der sieventigste Weg, wurden eine große Rolle spielen, und dem Israel war er drei bringen, aber die wurden wellen sein, dem Jesus aus er Messias annehmen, wann Jesus sich seinen Lad in sein zweites Kommen. In Wahrheit, die wurden klein wird ver, aber halb von der sieben Jahre Triebselstät, wurde die alle Jesus annehmen. So, Gott sind plan für Israel als wunderbar, und wir können uns durchab verloten, das, was alle passieren, werden dort versprechen, von dem alle heißen Gott. Von dem, weil wir betrachten, wo die Antichrist sich verholen wird in der letzten sieben Jahre, der siebentigste Weg von der 490 Jahre. Die Antichrist sind wirklich in der letzten sieben Jahre, betrachten nur Daniel Kapitel 9, Vers 27. Der Engel Gabriel hat klar bestätigt, wo die erste 69 Weg, der 490 Jahre, sich verholen würden, bei Vers 20. Aber in Vers 27 bestätigt der Engel besondere Dinge, was passieren wurden, in der siebentigste Weg, der sieben Jahre, die Rotsfahrer Jesus in der zweiten Kommen, was genannt wird, der sieben Jahre Triebselstät. Die Frage ist, wer als des König, wo das hiervon reden wird. In Vers 27, jeweils die Bibellehrer haben das genommen, als wenn das nur den Messias anwesendet, in sein Irrschtet kommen. Du sind ab wenigstens drei Dinge, was ab biblischer Grund würden durchgehen können. Nur was uns dort sagt, in Vers 27, wird der König einen Bund machen, mit vielen Vereinen, für einen Weg von Jahren. Sieben Jahre. Nur nicht, wo sagt die Schrift, dass aus Jesus abbeirrt wird, dass er mit den Menschen einen Bund mögt für sieben Jahre. So, das ist ja vornig zu verstehen, dass er kein Bund gemerkt mit Menschen, als er zum ersten Mal kam. Wenn wir den ganzen Tag in Betracht nehmen, dann merkt er klar, dass das Red von dem kommenden römischen König, der Antichrist, in der Städte von dem Messias. Das ist das zweite, was wir sagen. Drei, was wir sagen, andere Bibel-Taxe, wird so ein Klo bestätigen, wird Antichrist seine Arbeit wird sehen, wenn er verandacht hat, merken, dass Klo, dass der 27. Vers redet, von dem Antichrist, was zu kommen ist. Nachdem, wie wir sagen, der Engel Gabriel bestätigt, dass die Antichrist mit mehr bediedende Dinge daunen, in die letzten sieben Jahre, von der 490 Jahre. Das ist der 70. Weg, von der 70. Weg, wird bestimmt sein, für das Fall Israel in der heiligen Stadt Jerusalem. So, erstens, was wir sagen, ist, er wird in Bund machen, mit der vielen Israeliten, für eine Weg, von Jahren. Gewisse Entschlüsse, wird er in Betrag genommen, um das Antichrist daunen, mit den Juden, wenn es wir sagen, er wird in Bund mit da. zu tunen, mit die Antichrist die Autorität haben, zu diesen Bund merken. Das meint, dass er die König sehen wird, dass er römische abgeliebte König erreicht, wenn er diesen Bund merken wird, mit den Juden. Das habe ich alle gelesen, aber ich werde das noch weiterlesen. In Daniel, Kapitel 7, Vers A, du sagt, das steht. Als ich so checkt, schäme du noch ein Hörn ab, und drei von die vier Hörner werden mit Barteltow rühtgeräten, um Röhm zu merken für den kleinen Hörn, das Hörn hat irgend so als ein Mensch in Müll dort sei er red. Das sei wie hier, das als Antichristus kleine Hörn, das schäme ab, als die Tien Hörner alle kracht wäre, die Tien keine ist. Und was passiert, er nimmt drei von die rüht, und er kann so reden, er hat Müll, er hat Ewe, und er kann so reden. Das wird in sehr charismatischer Lehra sein, was meint, er wird so reden können, dass Menschen können über reden. Noch ein Ding, was wir sagen in Vers 23 in diesem Kapitel sei, und die lehrt mich dort so ut, dort vierde Tier ist und vierde Königreich ab die Erden ist anders als all die Andere das römische abgeliebte Königreich dort wird die ganze Erde abbrechen und abfretten und unertromblen die Tien Hörner sind Tien Königs die ever dort rekreieren waren und dann tjemp noch ein König der anders ist aus all der Andere ist und die drei Andere Königs wird zu sie saaten und dann in der 25. Verse sagt die wird schändliche Dinge über den höchsten Gott reden in dem sind hell ihr Volk und ihr drecken sie wird versägen dort hell ihr saats und die hell fast sie zu saaten dort folgt wird eine Tid in zwei Tiden und eine halbe Tid in dem König sie ist die Antichrist wird hier von reden der wird das an zu verstehen ja wird die bestätigung von diesem Bund wird die Anfang sein von der sieben jahre triebselstieg das wird uns auch geeft an zu verstehen zweitens was wir sagen ist wenn die 490 jahre prophezeiung mit den israeliten in jerusalem der heilige staat wird he mit fehler meint mit wem die antichrist wird diesen Bund merken dort es mit die israeliten wird dann leben worden wehen dort sagt fehler jahre dort unter verstohlen dort nicht alle israeliten wollen ein verstemmt sehnen mit diesem Bund merken über die mehrheit wollen und wollen den Bund annehmen noch eine bestätigung es dort das Bund wird für sieben jahre unheulen was dort unter verstohlen jahre ist dort die antichrist wird mit gewoll diesem Bund über die israeliten bringen für die die wollen annehmen das Bund wird dort so merken dass Israel wird so trüsen nur den antichrist in sein königreich das Bund wird die nation israel so verbringen mit antichrist dort sie worden gebrückt worden als eine halb im Osten von antichrist als ein erfahlich antichrist wird israel ein jen stand von anderen annehmen als wenn dort jen arm ist du wehen in diesem Bund wird antichrist sich selbst hand geben in seine römische armäu in Jerusalem bringen dem dort sie loben machen das es dem die beschützen in Umfang lautet sie aus wann Israel beschützen wird so die wirklichkeit von diesen zukünftigen römischen Leder merkt dort klar dort Israel wird noch unter der Macht sein wann Jesus zum zweiten Mal kommen wird wo wir hier klar sein wird hier das Leder wo das hier von redet in Daniel Kapitel nähen das das König wo das hier von redet von den zukünftigen römischen König der Antichrist dort redet nicht von den Messias wenn er merkt er er ist das wunderbarer König er stahl sich in der steht von den Messias und und du weh wenn wenn he die toll hat wo wir vor zu nennen kommen dass das Volk Israel war er kann ihr Olde Testament System abstahlen sich war er kann er jatzen und apfüren wenn sie Jesus dann hier annehmen wird die Mehrheit von das Volk Israel diesen Antichrist anhängen und das ist der Messias und das ist das Antichrist das Lehrer hier geschaffen wird in Daniel Kapitel 9 Vers 27 wenn er einen Bund merkt da wird sich so gut hören so gut hören so rein so gut hören dass Israel bloß fall und diesen Antichrist hier rangehen aber die Antichrist einen Plan hier hat dem Ende soll hier das Licht führen das nächste ist was wie Antichrist ist Israel weil er fremde sein aus in Hechelschen kobe sei wie seine in Daniel Kapitel 9 Vers 27 dort wird so loten aus wenn Antichrist ein sehr guter fremde ist mit Israel bet sie nächster Staub wird voll bringen wird mit Israel wie seine in Daniel 9 Vers 27 Gabriel seht über in dem Meid von die Tick der seventigste Weg der sieben Juh wird dort so rum bringen dort die Opfer und die Goven im Tempel abheeren worden und das wurde dann sagt in die 27 Phase das bestätigt dort Israel wird aus einer Nation in Erlone wohnen und sie werden auch ihr Tempel frech abgebüht haben in Jerusalem so Israel wird treten die sie über die Juren verloren haben und das Antichrist Ola dem Volk Israel soll vertrauen ab am er wird vertrauen werden wenn heute Ola da wo Israel noch ist wenn Israel er Massias aufsahe hat aus der kommen und um Krieg Storven hat verehrt so dann sei wie die wurden auch ihr Ola Testaments System angefangen haben von Tieren abfüren und die letzte sieben Jura Jura 2 Jesus 2 kommen do wehen sagt Antichrist wird dort te eng merken und Bibeltags bestätigen auch dort die Tempel wird frest abgebüht worden wie seine dit in Matthäus Kapitel 24 Vers 15 du leser du sagt das an Sistet wenn die in Hellichtum dort abschäselde seinen worden wovon der Prophet Daniel red wer dit las soll dort proben zu verstohen hier sagt du klop wann ihr dort abschäselde worden sein so dort meint die Tempel es frech gebüht worden wenn die Juden haben nicht keinen Tempel nicht in der Juden Tempel wird 70 Jahre nur Jesus durch schlau und die haben keinen Tempel nicht hier sagt wenn ihr dit abschäselde sein worden dann wo ihr sein wird wie prophezeit es in Daniel Kapitel 9 was wir hier geruts ans von beobachten daunen so Gabriel seht dit es wort passieren wort dann sei wie in 2. Test der Kapitel 2 2 der feier sagt das an so steht lot jund nicht so leicht der ich unter bringe oder angst merken dass Jesus sind da all soll gekommen sein das da red von der letzte Tid und auf den nur ich der eine prophetische Red oder oder durch ein Wort oder einen Brief den wir sollen geschrieben haben luten von scheinen ab ergend einen wach und schmieren ich mag dort kommen dort viel von Gott auffallen und dort die gesatzlose beise mensch die für die hal bestimmt es verndacht hat das ist der Antichrist hier er ist Gott sein Feind die sich gehen alles sagt wort Gottes Deins heut in hellig geholen wird Dei jetzt so wie tot he sich in Gott sein Tempel saht und sagt he es Gott so was wir hier sagen ist das was passieren wird der Tempel wird frisch gebührt worden und he wird sich un do saht Israel war das durchgestalt aus einer Nation in 1948 in das Jahr in 2008 habe der 70. Jubiläums Jahr geführt von dann aus der aus Nation wurde was Gott zu Abraham sieht go noch in Land was echt gewiesen war und die in die noch kommen für immer geben war das ist was Gott Volk Israel versprochen hat Abraham versprochen hat in 1948 wurde da in Nation Jahr Jahr 2008 habe der 70. Jubiläums Jahr 4 über das über von dem Tag haben die Jüden noch nicht ihr Tempel frisch gebührt und auch nicht das Olle Testament System frisch angefangen die Frage ist warum wollen die das frisch anfangen wenn die nicht ihr Messias annehmen aus der Cain bleiben sei wie das Olle System wird ab mehr von der Triebselstät wo end wird die Jürgen aufgemerkt worden und alle Israeliten sich bequeren worden nur Jesus Christus der Messias oder er Messias die Israeliten können nun nicht opfern über die hellige Schreck bestätigt hier in Daniel Kapitel 9 Vers 27 Dort Antichrist wird ein Friede geben dem dort frisch anfangen in der erste dreieinhalb jürgen von der sieben jürgen Triebselstät dann ab dem jürgen von der sieben jürgen wird Antichrist das ganze jüdische Abfahrsystem kort aufmerken dort heute das tun kann bestätigt dass Antichrist große Autorität hat in Israel wird ab dem jürgen von der siebenteste weg der sieben jürgen Triebselstät mit dieser Abfahrsch aufmerken wird Antichrist den ersten Stauk nehmen und jen der jüden gönnen er wird der geratste jüde verfolgen sein wird jemals ab ihr gewasst als jen der jüde so der Engel Gabriel bestätigt dass die Antichrist wird mehrere bediedende Dinge daunen in den letzten sieben jahren von den 490 jahren erstens er wird ein Bund merken für einen Weg von Jahren zweitens er wird mit Fehler mit der Israelite wird diesen Bund merken drittens was ich nicht beobachtet er wird das abschessliche Bild im Tempel abstrahlen wir sind eingekommen aber nächstes mal weil wir das abschessliche im Tempel betrachten wird Antichrist oder jen den allerheißten Gott daunen wird wir haben ihr seien war der Plan der allerheißte Gott hat für das Volk Israel wir haben auch seien wird so lot wird Antichrist erst wirklich die jüde der massias aber die worh hat es dass alle in hegel schien das alle nicht so da wird ein falscher Friedensvertrag gemerkt wurde am Anfang in der 7 jahr trieb soll steht in das Volk Israel wird glauben das Antichrist ist der massias wo sie neu gelehrt haben aber wir nächste mal sein wird Antichrist aller wort gehen dort Volk Israel daunen annehmen aus sind jent so ist du bist Gott ist die Jesus bringen und heute kann ein Versprechen geben wo du dich verleten kannst krieg so diese prophezeiung oder was erfüllen können so was das auch was heute Versprechen hat in Johannes 6 4 4 China kann mich kommen wenn die voller die mich geschickt habe nicht tragen und ich wo am am letzten Tag ab wirken in Johannes Kapitel 6 37 9 sagt Jesus wems Wellen he ist gekommen zu voll bringen und auch du ein Versprechen geben was den voller seinen Wellen annehmen doonen und hier sind Versprechen alles was der voller mich hat und wer noch mich hat den wo ich nicht rutsch steht ich nicht von Himmel auf gekommen meinen Wellen zu doonen und bei den Sinen Wellen zu doonen die oder sind Wellen die mir geschickt hat dort ich keine von dir verliere die he mir gejebt hat aber dort ich dich am letzten Tag abwirkende die Frage ist hast du das Versprechen von den aller Heißten Gott sind Wellen für die angenommen wenn es sagt wer von heute gelieft wird gerecht und wer mit dem Müll bekannt wird selig Römer Kapitel 10 Vers 10 das ist Gott sein Wort wird heute uns versprechen haben Wenn ihr Fragen haben über das Programm dann könnt ihr uns auf unseren E-Mail schreiben rd neufelt 0 9 arrova gmail punto com oder ab whatsapp nummer 59 1 7 7 0 0 0 0 1 1 Ich wünsche und alle eine gute Wäge Gottes Rücken Segen mit Jün